Meine Damen und Herren, begrüßen Sie hier beim 37. Lahnstein-Blues-Festival, den vielleicht charismatischsten Soul- und Blues-Sänger der Republik. Hier kommt für Sie Stefan Gwildes. Und Stefan Gwildes ist nicht nur ein fantastischer Sänger, ein charismatischer Bühnenperformer. Er ist auch ein Virtuoser am Schlagzeug, meine Damen und Herren. Und wir wollen Ihnen etwas erzählen über den Menschenschlag im hohen Norden der Republik, über die Norddeutschen. Manche sagen, wir sind kühl, hätten einfach kein Gefühl. Andere sagen, wir sind stur, sagen nix rund um die Uhr. Andere sagen, wir sind nüchtern, äußerst langweilig und schüchtern. Blieben wie die Fische stumm und hocken nur auf Kuddern rum. Ich sag nur, die haben keine Ahnung, ihr wisst nicht, was in uns geschieht. Also spielt nicht mit dem Feuer, weil man nicht von außen sieht. Wir sind puren Dynamit. Moin, 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 moin. Ich bring euch jetzt ein bisschen was Norddeutsches bei, ja? Moin, 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 moin. Moin, 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 moin. Ah, fühlt man sich wie zu Hause. Manche sagen, wir sind dröge, doch das ist ne glatte Löge. Wir denken vor dem Sprechen nach, wenn's sein muss auch n ganzen Tag. Unsere Sätze sind sehr knapp, wir sammeln uns eben keinen ab. Wenn wir sprechen, klingt das so, ein ehrlich kurzes, knappes. Ich sag nur, die haben keine Ahnung, ihr wisst nicht, was in uns geschieht. Also spielt nicht mit dem Feuer, weil man nicht von außen sieht. Wir sind puren Dynamit. Moin, 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 moin. Was sagt die Kuh beim Wiederkoin? Moin, 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 moin. Was sagt die Kuh beim Wiederkoin? Muss ich nur reimen, ne? Was sagt der Käpt'n beim Vertäunen? Moin, 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 moin. Was sagt der Winterdienst beim Streunen? Moin, moin, moin. Ja! Wir tragen gern Ostfriesenmerz, was man im Süden selten sieht. Wir tun das nur und lass kein Scherz, damit dem Sprengstoff nichts geschieht. Wir sind puren Dynamit. Moin, 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 moin. Komm! Moin, moin, moin. Moin, moin, moin. Moin, moin, moin. Hier geht's! Danke schön, Lars Nei! Und jetzt noch einen. Ein noch. Oh hallelujjaja, brüder und schwester! Halleluja! Brothers and Sisters! Oh yeah!